Wir beten immer zu Gott, doch er hört uns nicht. Wir sollten einen von uns zum Allmächtigen nennen. Doch er muss so weit oben sein wie Gott. Wie können wir das bloß schaffen? Das ist eine sehr gute Idee. Und ich habe auch schon einen Plan. Wir müssen eine Versammlung einberufen. So geschah es dann auch. Sie besprachen es mit dem Volk und kamen zu einem Beschluss. Sie wollten einen hohen Turm bauen, auf dem der neue Allmächtige wohnen sollte. Bei jedem hundertsten Sonnenuntergang sollte ein neuer Wächter gewählt werden. Gott bemerkte dies und es machte ihn sehr zornig. Gott machte einen Plan. Damit sie sich nicht verständigen konnten, erschuf Gott die verschiedenen Sprachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017